Das schmeinkt ja furchtbar das Zeug... HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Hm! 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 Boah! Boah! Schmeckt ja furchtbar das Zeug... HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ALTER! Zaaabbal-balbalbal! E-Rrrrrr! ALTER! Miii-I-I OO, da-da-da-da-da-da-da-kan-i-kla-m! JA! Das kann man wohl überwachsen. Wie? Das ist ja... Naja, dann f*** dein die Frau. Bis dann, süß. Sagen Sie mal, die Nachbar, Müssen Sie mir denn die ganze schöne Natur voll scheißen? Können Sie nicht drin kacken? Sicher kann ich. Sie kann nacken. Aber ich will nicht. Drin kacken kann jeder. Ich kann auch draußen überall scheißen, wo ich will. Im Garten scheißen. Im Auto. Am Nordpol. In Amerika. Am Amerika-Nordpol. Im Amerika-Auto. Im Amerika-Garten bei Erika. Ha! Amerika! Lul! Und ich bin mit der ganzen Welt ver... Ich bin mit der ganzen Welt ver... HALT! Ne neue Nachricht kommt gerade rein. HALT! 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 Schiss-Party um 20 Uhr im Bärstädter Bahnhof. HALT! HALT! Ja und, äh, gehen Sie hin? HALT! 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 Dieses kleine Ding informiert mich jederzeit! Und Drahtsoße! Was so läuft! Oh! HALT! HALT! Oh! Augenblick! Ne... Ne neue Message auf WhatsApp! Aha! Hier, sehen Sie mal! Das ist Karl Heinz! Ich soll ihn anrufen! Ganz schön scheiße, ihr gepiepse, Frau Schwölke! Also, ich... Sie, Herr Lustig! Sie sind nicht informiert! Sie sind nicht modern! Sie sind scheiße! Der moderne... ...Mensch ist ständig mit der ganzen Welt verbunden. Ist überall über all- er Reichbar. Abjahra la aby... ...Überall ehrlichbar! Büberall erreichbar! Büberall erreichbar! Abjahra la aby... Die Technik macht's möglich. Also, ich brauch kein Telefon. Sie Umweltverschmutzer! Sie verpesten die ganze Stadt mit Abgasen, weil Sie ständig in der Gegend herumfutschen. Scheißen Sie lieber! Da bleibt die Luft sauber und die Arsch bleibt leer! Na ja, da ist was dran! Oder stellen Sie sich vor! Auch wie Sie sich vor! Sie werden krank! Arschroch oder so! Und noch was! Polizei macht's! Und Sie wollen die Einbrecher rufen! Wo wär's, will die Polizei rufen? Da brauchen Sie doch auch ein Telefon! Zu mir rüber! Nein, nein, nein! Rüber! Zu mir! Nein! Zu mir rüber! Alter! Nein! Hm! Ja! Hm! 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 Das war dann später beim Zeiger-Telegrafen kein Problem mehr! Man hatte sich auf das Alphabet geheinigt! Jedes Muster bedeutete Sie kein! Mörse! Ja! Das ist es! Hm! Und man braucht nicht viel dazu! Ein Brettchen! Und ein Brettchen! Da hab ich die Brettchen abgenommen! Hm! Und dafür ein Brettchen! Angebaut! Ja! Und dann noch eine Papierrolle aus so einem kleinen Brettchen! Hm! Batteriebrettchen! Viereinhalb Volt! Genügt! Ein paar Brettchen! Und ein Brettchen! Knopf! Ganz einfacher Brettchen! Knopf! Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann klingelt es nicht! Dann bewegt sich der Filzer hier! Und jetzt wollen wir mal sehen! Ähm, ich müsste ihn aber vorher anrufen! Hm! 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 Ah ja! Da mit! 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 Telefonhörer so was kriegt man umsonst vom Schrottplatz oder vom Schrottplatz damit der Nachbar auch an sein Schrottplatz geht muss ich mir erst mal anrufen und vorwurfen Herr Lustig! Stecken Sie sich Ihre Basteleien in Ihren Arsch! Hören Sie ehrlich auf mit dem Unsinn! Sie wollten mich nur wieder zum Affen machen! Kaufen Sie sich endlich ein Prennertuch! Wieder nix! Königs Ali? Hele Ali? Hier das optimale Schnurlost! Das Sinus 43d mit automatischer Wahlwiederholung Optische Anrufanzeige und Wartemusik Das gibt's auch in Dunkelgrün! Hehe! 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 Nein, nein! Ein ganz normales Telefon! Ein schwarzes! Mit ner Scheide! Wo man Finger reinsteckt und so die Scheide fingert, ne? Mit ner Scheibe! Hehe! 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 Scheide! Scheide! Und wenn nun jeder mit jedem ficken wollte, ne? Da musste man eben noch ein paar Leitungen ziehen. So und 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 so. Oh, das wird voll. Und so und so. Das wird sogar sehr voll. Das wird chaotisch. Und so, so und meine Güte, so viele Leitungen. Ne, das ging ja gar nicht. Gar nicht. Oh, das ist ja gar nicht.